Geil, ich habe mir gerade noch überlegt, läufst du noch mal da durch? Ja komm, machst du. Und dann liegt da alles kein Scrap Metal drin. Ah, meine Fresse haben wir ein Glück. Ja, jetzt kann man ja endlich mal auf die andere Insel fliegen. Erstmal müssen wir das Ding voll tanken, bevor ich das schrotte. Stimmt, muss man mal zackle essen. Ich muss das Ding gleich erst mal richtig safe da in diesem Militärbunker da landen. Ja, das machen wir nicht so schwer, oder? Da ist auch ein Platz. Ja, das ist ein Platz für Lillibut auf jeden Fall. Bist du an der Treppe unten? Ne, ich bin oben. Du bist oben? Ja. Okay, gut. Ich habe nämlich gerade nur Schritte gehört und bin mir gerade mein Boot am Spielen und dachte, Scheiße, wenn jetzt jemand kommt, bin ich gefickt. Ich bin hier einfach nur im Heli. ProFuel. ProFuel. Hier. Gehe. So raus. Wieso kann ich denn jetzt nicht mal refuelen? Was ist das für eine Verarsche? Obwohl ich schaue, das reicht echt nicht. Dann sag ich ja. Ich kann ja nicht refuelen. Schreib mal aus, bitte. Man hat nirgfrufum. Was? Ne, du sollst mal die Jorycans aus dem Gier nehmen und versuchen jetzt zu refuelen. Nein, der bringt nichts. Warum nicht? Weil das keinen Unterschied macht. Weil das keinen Unterschied macht. Ich mach's jetzt anders. Oh, was ist jetzt passiert? Gier. Da stand's doch. Refuel. Wo ist es jetzt hin? Ja, das hab ich jetzt viermal gemacht. Okay. Lass dich mal rein. Was? Warte, gib mal die fünfte. Komm doch einfach mit, oder nicht? Ja, hab ich auch gerade über die. Komm jetzt mit. Hm? Komm jetzt mit. Dann lass uns auch nochmal zum. Warte, hab ich jetzt. Ah, die hab ich im Inventar. Lass uns dann nochmal zum. Zum Hafen laufen gucken, was wir da so geiles finden. Und das können wir ja im Hubschrauber zwischen. Wir refuelen jetzt nur noch. Hm? Wir refuelen jetzt nur. Ja, okay. Ich such aber noch die Leiter. Habe ich dir jetzt? Alle vier, ja. Was machst du? Ich suche noch die Leiter, sag ich. Das Ding ist, der nimmt keine Zeit um zu refuelen. Du musst einfach nur schnell dranlaufen, das Mausrad drehen, dann steht da refueled und dann kannst du direkt wieder weglaufen. Das ist ziemlich cool. Aber es verliert der Wings noch keinen Treibstoff mehr, weil er voll ist. Weil er komplett repariert ist. Alter, es ging voll schnell hin zu reparieren eigentlich, ne? Komplett. Jetzt wo wir alle Teile gefunden haben. Hm. Stimmt. Alter, ich find den Ausgang hier nicht. Ah, ich bin wieder falsch gelaufen. Wo bist du? Ich geh jetzt grad raus. Ach so, warte kurz auf mich, dann laufen wir zusammen. Nicht, dass dieser Logitech hier gespawnt ist irgendwo. Roten Ping. Ich auch. War irgendwas von Server Restart? Also auch gleich ein Zombie. Egal, wir laufen einfach, wir hängen den sowieso ab. Lass mal hier, Dennis. Hier lang, geh durch einfach. Nein, ich geh links rum. Ne, da kann man aber nicht, da muss da einmal komplett was Gebäude durch. Das war egal. Das war egal. Die Richtung ist dieselbe. Ne, ne, die Richtung wo ich hinlaufe ist die richtige. Ne, aber dann geh ich halt dann straight nach links und dann bin ich halt auf der Höhe. Egal, wir sehen hier, wer zuerst da ist. Nur. Oh, mein armer Rücken. Oh, mein armer Rücken. Als ob die mich nicht gesehen haben, wie krass Traste. Die sind irgendwie blöd, die Zombies, ne? Also ich bin schon über die Straße drüber. Ne, ich noch nicht. Ich noch nicht. Ist ja das Lager schon. Vielleicht aber die zweite Straße gleich drüber. Ich bin noch nicht mal an der Straße. Ich bin jetzt im Wald. Vollbehindert auf der Lootmap steht, dass es hier Loot gibt. Aber hier gibt es einfach gar keinen Loot. Oh, vier Zombies auf einem Haufen. Acht. Oh. Du musst aufpassen, wenn du hier reinläufst. Hier sind... Ein paar Zombies. Okay. Also einfach nicht stehen bleiben, ne? Einfach dran vorbeilaufen, Mausrad drehen. Du kannst während des Laufens das auffüllen. Wie bei meinem Mausrad sich so gedreht. Ah ja, stimmt. Du hast ja Sonne. Was? Vorsicht, 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 Vorsicht. Da würde ich jetzt nicht langlaufen. Alter, sind das viele. Bist du weiter gerannt? Ja, ja. Ich lauf jetzt durch den Haupteingang raus. Ach, durch den Haupteingang? Oder geht... Lauf einfach... Hab jetzt umgedreht und bin extra durch zum Haupteingang. Ja, ne, ne. Dann lauf ich jetzt wieder zurück. Am Haupteingang sind noch keine. Lauf einfach mit dem dritten Mausrad an dem Ding vorbei und... Man muss halt so noch mehrmals von vorbeilaufen, aber du kannst während des Laufens auffüllen. Das ist kein Problem. Die sind jetzt alle hier hinten am Hinterhaus. Hab die, hab die gefühlt. Okay. Kann man mal kurz zum Hafen gucken, laufen und gucken, ob wir da noch mehr Fuel können finden? Nö, mehr brauchen wir nicht. Was, das reicht jetzt? Fünf Stück sind dann wohl voll ausreichend, Alter. Fünf Stück. Ja, stimmt schon. Ja, man kann ja eigentlich einfach direkt auffüllen. Eigentlich, einer muss sowieso... Es kann sowieso nur einer Fuelen, weil einer muss sichern. Äh, war wohl beim Vorbeilaufen. Fangen wir drauf an, ob wir jetzt Autorefuel haben oder nicht. Ich bin auf dem Rückweg, ne? Du auch, oder? Ja. Ich auch. Ich muss mir nur kurz den Luftpoint setzen. Gut. Bist schon über die Straße rüber? Mhm. Ich bin fast da. Ich bin fast da. Das ist gar nicht so weit zum Refuelen, sondern müssen wir halt nochmal zweimal laufen, was ich meine. Oder wir setzen den Helikopter kurz zwischendurch irgendwo ab, wenn das nicht reicht. Aber krass, weil wir jetzt einen konsurslösigen Hubschrauber, den wir einfach nur noch refuelen müssen. Hm. Das innerhalb von... 6 oder 7 Spielstunden. Ich laufe nochmal durch, gucken, ob hier was gespawnt ist. Und nein. Also haben wir jetzt auch zwei Reifen im Hubschrauber, also können wir zwischendurch einmal ein Auto fit machen. Mhm. Und man kann einer mit dem Auto dann Sicherheit fahren und das als Lager benutzen erstmal, solange wir kein Haus haben. Also haben wir jetzt den Heli, das ist schon ziemlich geil als Zwischenlager erstmal, das ist schon top. Ja. Ja. Ich wusste, dass sowas kommt. Ja, das war ja auch, das musste ja sein, alter, das war ja sowas von darauf angespielt. Alter, einer von meinen Freakents ist wieder weg. Was soll der Scheiß? Ich habe nur noch drei Freakents. Das hat, glaube ich, nichts mit dem Spiel zu tun, du schmeißt die bestimmt immer raus, weil du einfach nicht weißt, wie viel du in deinem Inventar hast und immer Sachen aufnimmst und dann dadurch... Ja, aber dann müssen die doch rein theoretisch auf dem Boden liegen. Das habe ich schon öfter gesehen bei dir in den Let's Plays. Ja, aber dann müssen die doch eigentlich auf dem Boden liegen, oder nicht? Dann müssen die sich dann wegwaggen, wer weiß. 35er-Round-PPS-Magazine, aber brauchen wir nicht, ne? Huntingknife, Panzersperren. Brauchen wir auch nicht. Ich habe meine Jerry-Kent schon hier reingeschmissen. Ja, ich komme jetzt zurück und laufe hoch auf das Dach. Oh, fuck. Nach dem Zellerstand hat sich auch nichts geändert, ne, vom Schrauber. Ja, es ist aber schon... Also es ist... Es verspricht mehr Sicherheit als, äh... Ne? Ja. Definitiv, ja. Definitiv. Definitiv, ja. Wir müssen ja nur... 557 Meter fliegen. Hm. Oh, ich habe roten Ping. Ich nicht. Ich bin jetzt hier oben. Nicht auf mich schießen. Okay. Soll ich fliegen und du gehst zu Fuß oder willst du fliegen und ich gehe zu Fuß? Wie, wir fliegen beide, oder nicht? Na gut, wenn wir abstürzen, sind wir beide tot. Ja. Aber wir können ja hier spawnen. Ist ja nicht schlimm. Ja, ist so. Also wir werden schon sterben. Oh, und sich nicht. Also du fliegst, oder was? Hast du deinen Joystick denn eingerichtet und alles? Ähm, ja. Okay, versuchen wir es. Ich muss jetzt mal einen Navpoint setzen. Ich versuche genau da drin zu landen, ne? Mhm. Okay. Warte mal, bevor du losfliegst. Bitte. Hm? Digga, warte mal kurz. Ich muss jetzt was fressen hier. Oh ja, ich auch. Wenn ich überhaupt noch was zu fressen habe. Player Ali. Ja, geil. Ich habe noch eine Sardinenwüchse. So, sonst hätte ich auch noch zwei Cans gehabt. Wir müssen echt unbedingt jagen. Ja. Aber erstmal machen wir den Hubschrauber fit. Okay, bist du bereit? Mhm. Und es tut sich nichts. Untertitelung des ZDF für funk, 2017